Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Mois hat endlich ausgepackt, was damals wirklich mit Floyd Mayweather vorgefallen ist. Viele haben ihm vorgeworfen, gelogen zu haben in Bezug auf den Fight, in Bezug auf die Aufmachung des Kampfes. Mois hat jetzt, ja klar, auf die Frage reagiert und nicht nur ein bisschen wischiwaschi, sondern hat wirklich erzählt, was hinter den Kulissen genau vorgefallen ist. Auf seine Art und Weise. Er sagte hier, dass es tatsächlich um einen 8 Millionen Euro Deal ging. Also Floyd wollte 8 Millionen haben. Tatsächlich sind Mois dann aber die Sponsoren abgesprungen. Es gab viele aus Dubai, auch aus Deutschland, aufgrund dessen, weil auch einer halt inhaftiert wurde, wie es heißt. Und daraufhin konnte Floyds Gage nicht mehr bezahlt werden und er kam nicht mehr zustande. Er sagte, Floyd Mayweather hat tatsächlich immer noch Bock, gegen ihn zu kämpfen. Ich würde sagen, guckt euch das Ganze selbst einmal kurz an, was dort gesagt wurde. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Pose, Floyd ruft an. Floyd weiß wenigstens, wer ich bin, wie ich heiße. Ja, das auch. Und wer ich bin. Und er hat minimum ein paar Wochen lang Angst bekommen, dass er gegen mich kämpfen muss. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht gegen ihn kämpfen werde. Aber wie kamst du mit ihm in Kontakt? Das interessiert mich wirklich gerade. Wallahi, sein Manager selber kam. Warum ist er nicht zustande gekommen? Das wollte ich auch immer fragen. Weil der Typ, der für uns den Kampf geklärt hat, der Sponsoring sammelt, 8 Millionen Euro hat der Kampf gekostet. 8 Millionen Euro mussten wir dann sammeln. Floyd hätte 8 Millionen Euro bekommen und ich wollte nicht mal 100.000. Ich habe von meiner ganzen Gage Floyd. Und Leute haben unterschrieben. Und ich war ja in dieser Immobilienbranche. Ja, ja, ja. Der Typ hat das alles geklärt quasi. Das waren so Bitcoin-Leute aus Dubai. Kennst du diese Leute, die viel Geld machen mit Dubai-Scheiße? Da waren viele solche, die hatten alle unterschrieben. Und dann ist ja dieser Ehsan vom VI GmbH in den Knast gegangen. Der ist ja, da wo ich gearbeitet habe, ist jetzt ja der Typ in den Knast gegangen. Und da war auch in Zeitungen überall und so. Und deswegen kamen die Sponsoren weg. Und Floyd hat theoretisch noch immer Bock zu kämpfen. Aber wir brauchen jetzt 8 Millionen Euro. Wenn jetzt Deutschland aufgehört hätte, Scheiße zu labern. Und darüber, ob ich ein BMW oder Mercedes gefickt habe, dann würden sie mich vielleicht in Ruhe lassen, damit ich 8 Millionen Euro sammeln kann für Floyd. Ja, oh Allah. Aber weißt du, ich meine, ich beginne. Ich sage, hey, ich arbeite bei Vorbrot. Und hey, hey, Mäuser, da, das und da hat er noch mal Temptatur von Damm. Wow. Weißt du, ich meine, und ich werde jetzt natürlich so als Sponsor klären. Ja, ja, ja. Und das geht denen eigentlich darum, dass ich nicht gegen Floyd kämpfe. So Sachen sind das. Aber jetzt wird jemand sagen, hey, hey, als ob Floyd überhaupt weiß wird. Dein Vater wusste nicht mal, dass er dich zeugt, bevor du gezeugt wurdest. Vielen Dank.